So, herzlich willkommen zum fünften Teil von unserem Quickplay von Metro 2033. Nach unserem albtraumhaften Tunnelbesuch sind wir in der Bar gelandet, haben uns etwas mit Wodka wieder aufgeputscht. Und jetzt schauen wir mal in unserem Journal, was wir als nächstes tun müssen. Gehen Sie zu Polis, finden Sie dort einen Ranger und Smiller. Ist der vielleicht hier? Hallo? Du bist immer noch hier? Ja. Mhm. Bist du der? Hallo? Nichts. Hm. Bist du wirklich auf einem Handwagen hergekommen? Ja, Billy. Ich auch. Wow, ich würde gerne mal zu einem Ding fahren. An der schwarzen Straße wartet ein Mann auf Sie. Er ist irgendwie groß und unheimlich. Und er riecht auch nicht gut. Ach, ich sollte jetzt besser gehen, sonst bekomme eine Patrone, führe ich Sie dahin. Jojojo. Danke, gehen wir. Ja, makaber, ne? Munition ist die, ist die Währung. Hallo, Junge? Der ist jetzt abgehauen. Ah, fieser kleiner Drecks. Ah, da vorne ist er. Hey, gehen wir. Okay, und jetzt? Okay. Komm her, du bist Artyom, richtig. Richtig. Okay, ich setz mich. Man nennt mich Birben. Hör zu. Ich muss zur trockenen Station und Geschäfte zu erledigen, aber dieses Rattenloch ist abgeriegelt. Ich kenne jedoch eine sogenannte verfluchte Passage, vor der man ja Angst hat. Aber wie ich gehört habe, wird die Scheiße in den Tunnels bei dir nicht. Du kannst mir also dort hin helfen. Und ich gebe dir meine AK, wenn wir dort sind. Abgemacht? Gut. Hier ist eine Vorauszahlung für den Fall, dass du dich erst ausrüsten musst. Bist du bereit? Ja, okay. In diesem Mistloch zu hocken ist nutzlos. Naja. Stimmt irgendwie. Munition, Munition. Hey, Lady. Hunger. Ah, da liegt noch was. Die ist so dermaßen knapp, die Munition. Also, da muss man wirklich alles mitnehmen, was rumliegt. Geht's noch, Junge? Wie ist die, da liegt noch nicht? Da liegt dir nur noch ein Perrin. Munition, Munition. Munition. Ausrüstung. 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 Als ich mit Burden den verlassenen Tunnel betrat, fragte ich mich, ob es falsch gewesen war, ihm zu vertrauen. Aber die Stationstore waren noch immer geschlossen und es war nicht abzusehen, wann ich sonst da wegkäme. Klasse, wir sind raus. Jetzt halte deine Augen offen, die Fahrt ist vorüber. Es sind schon viele Typen in diesen Tunnels gestorben, aber wenn wir uns gegenseitig decken, kommen wir durch. Wenn du alleine bist, musst du aufpassen. Ah, okay, da liegt auch mal ordentlich was an Schnete und Munition rum. Das kann man alles kurz brauchen. Jede einzelne Patrone. Was war das? Seltsame Geräusche. Entweder macht der Boden dieses Geräusch oder der Wind. Ich habe auch Geschichten von singenden Rohren gehört. Wenn du länger zuhörst, kannst du die Stimmen der Toten hören. So ein Quatsch. Ah. Nicht unbedingt die Gute-Nacht-Geschichte für den Sohn. So lange ruhige Passagen folgt meistens immer irgendein Schock-Effekt. Munition, sehr gut. Scheiße, eine Karawane, alles in Tod, den Stil kenne ich. Banditen und die Hansa prallt, damit sie ausgelöscht zu haben. Haltet deine Augen offen, die werden uns nicht einfach so durchlassen. Tja, dann knallen wir sie eben ab. Alarmsystem, halt aber wirkungsvoll. Wenn du unerwartet ankommen möchtest, solltest du die Dosen nicht berühren. Pass auf, wohin du trittst. Jedes Geräusch ist gefährlich. Hoppa, eine Tratschlinge. Ausgezeichnet, um blinde und wagemutige zu beseitigen. Du weißt, was du tun musst? Und du musst mal drüber springen, oder wie? Hüpf! Ruhe, wir haben Gäste. Verstecke dich in dieser Ecke und sieh zu, wie Onkel Bourbon arbeitet. Ja, mach Junge. Ne, mach schon. Das wird Ihnen eine Lehre sein. Nimm das Messer als Trophäe und komm. Schnell! Das Messer als Trophäe. Welches Messer? Na sicher. Aber wenn die die erledigen, das macht Lärm. Boah, das sind so viele. Ich denke, die vielleicht auch anders erledigen sollen. Oh, da ist schon wieder Munition, der. Mich! Wir verlieren Leute! Scheiße, wir verlieren Männer! Zur Rechten! Okay. Schauen wir, hoffentlich ist das. Und jetzt. Jetzt stirbe mal die. Naja. Links sagt er, dann kommt er. Okay, ich hab's ja gewusst. Ich hab's ja gewusst. Na, kommt. Granaten, wenn ich hier halt... Na, endlich! So, jetzt reicht's mal. Okay. So, einer noch, oder? Noch der noch? Äh, wirklich, einer noch. Komm. Dort? Scheiße, wir verlieren Männer! Ja, genau. Auf den Button! So weiß ich schon, warum der Typ sagt, ich soll lieber tot erledigen. Okay, wir sehen, wir machen einen kurzen Schnitt. Wir sehen uns gleich bei Teil 6. Bis gleich. Wir sehen uns gleich.